Wir sitzen hier mitten unter fast schon 800 Fan-Aufstellern. Wir wollten zusammen mit den Fans mal die Marke von 1904 knacken. Wie ist es so für dich? Ich meine, du kommst von hier und vielleicht auch ein paar bekannte Gesichter hier in den Reihen schon entdeckt. Kannst du ein bisschen Werbung machen für die 1904? Ja, es ist eine extrem coole Sache. Natürlich sieht man das. Es ist natürlich schade, dass die Fans nicht live hier sein können. Ich meine, hier ist immer grandiose Stimmung und wenn man faires und ehrliches Eishockey spielt, glaube ich, rennen die Leute hier die Bude ein. Und ich glaube, in diesem Jahr kann man uns nicht vorwerfen, dass wir nicht kämpfen. Wir sind eine geschlossene Einheit und es ist eine sehr coole Sache. Wir sehen die Schilder natürlich auch und es wäre natürlich cool, wenn sich noch ein paar finden und wir die 1904 voll machen.